Kapitel 3 Wie effektiv schützt Kanadas Charta der Rechte und Freiheiten individuelle Rechte? Ich habe meine Rechte. Das hier ist ein freies Land. Hast du schon einmal gehört, dass jemand so etwas sagt? Wenn Menschen von Rechten und Freiheiten sprechen, meinen sie eigentlich die Staatsführung, die Regeln, die beschreiben, wie eine Regierung ihre Macht anwenden darf. Diese Regeln besagen, dass die Regierungsgewalt nur bis zu dem Punkt gehen darf, wo sie die Entscheidungen jedes Einzelnen begrenzt. Wenn die Regierungsgewalt über diesen Punkt hinausgeht, muss es einen Grund dafür geben, der auf der Grundlage der Werte einer Gesellschaft beruht. In Kanada sind die Rechte und Freiheiten des Individuums in der Charta der Rechte und Freiheiten festgelegt. Dieses Kapitel untersucht, was die Charta über individuelle Rechte sagt und wie die Charta die Entscheidungen der Regierung und unsere Lebensqualität beeinflusst. Dieses Kapitel untersucht die Rechte, die jeder kanadische Staatsbürger und Personen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung haben. Das nächste Kapitel untersucht dann die kollektiven Rechte, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen haben. Hauptfragen Wie schützt die Charta individuelle Rechte und Freiheiten? Wie wirkt sich die Charta auf die Gesetzgebung in Kanada aus? Wie wirkt sich die Charta auf den Arbeitsplatz aus? Schüler der Inside-Theater-Gruppe in Ottawa bei einer Vorführung im Jahr 2006. Sie führen einige ihrer Rechte aus der Charta der Rechte und Freiheiten auf. Überlege dir, wie wäre dein Leben, wenn du nicht an Projekten, Veranstaltungen und Aktivitäten deiner Wahl teilnehmen könntest? Aufgrund dieser Fotos, wie wirken sich Rechte und Freiheiten auf Staatsbürgerschaft, Identität und Lebensqualität aus? Diese Poster werben für Theaterstücke, die im August 2007 beim Finch Festival in Edmonton gezeigt wurden. Man hat das Recht, Poster aufzuhängen, aber nicht überall. Viele Städte in Kanada gestatten Poster nur an bestimmten Stellen, um damit den Müll einzuschränken. Überlege dir, wie könnten sich diese Gesetze auf deine Lebensqualität auswirken? Wann ist es okay, dass Gesetze die Wahlmöglichkeiten der Menschen einschränken? Die 13-jährige Jusra Hasnain bekommt ihre Dokumente, nachdem sie im Jahr 2002 kanadische Staatsbürgerin wurde. Überlege dir, welche Rechte und Freiheiten erwartest du als kanadischer Staatsbürger? Inwiefern tragen individuelle Rechte dazu bei, eine Gesellschaft zu errichten, die dich und andere einschließt? Jack Layden, NDP-Parteichef, begrüßt Anhänger bei einer Wahlversammlung im Jahr 2006. Kanadier haben das Recht, politische Parteien zu gründen und politischen Parteien beizutreten. Sie haben auch das Recht, ihre Regierung zu wählen. Überlege dir, welche Verantwortungen gehören zu diesen Rechten? Was ist die Verbindung zwischen dem Recht auf Vertretung in der Regierung und deiner Identität? Veranstalte eine informelle Debatte über individuelle Rechte und Freiheiten in Kanada. Deine Rolle Ein führender Schulfernsehsender dreht einen Dokumentarfilm, der die kanadische Charta für Rechte und Freiheiten und ihre Auswirkung auf Kanadier in den Mittelpunkt stellt. Der Sender will Schüler deiner Schule filmen, die ihre Ansichten und Ideen zu Themen über individuelle Rechte und Freiheiten im heutigen Kanada äußern. Du wurdest gebeten, dem Sender mit einer informellen Debatte zu helfen, die folgende Frage beantwortet. Was hältst du für das wichtigste Charta-Thema über individuelle Rechte und Freiheiten im heutigen Kanada? Deine Präsentation Deine Debatte sollte folgendes zeigen Ein Verständnis der Charta und wie sie die Anerkennung der individuellen Rechte in Kanada fördert Beispiele von Charta-Fällen mit ihren Fragen und vielfältigen Perspektiven der Entscheidungsprozess von Personen, die ein Gesetz oder eine Maßnahme der Regierung angefocht haben, indem sie auf ihre individuellen Rechte und Freiheiten nach der Charta bestanden haben. Bei dem Austausch von Ansichten und Perspektiven kann man Themen ansprechen, die unsere Lebensqualität betreffen. So kann man sich als Staatsbürger besser informieren. Durch Debatten kann man unterschiedliche Ansichten und Perspektiven untersuchen und jeder kann zu Wort kommen. Los geht's! In diesem Kapitel begegnen dir Beispiele, die zeigen, wie die Charta der Rechte und Freiheiten individuelle Rechte und Freiheiten schützt und wie sie die Gesetzgebung beeinflusst. Während du das Kapitel bearbeitest, beachte die Ansichten und Perspektiven über individuelle Rechte und die Charta. Überlege dir, welche Themen du am wichtigsten findest. Wie könntest du zusätzliche Informationen über diese Themen finden? Wie entscheidest du, welche Maßnahmen du ergreifen könntest? Verwende die folgenden Fragen, um mehr über die Themen und Beispiele in diesem Kapitel herauszufinden. Auf Seite 97 und 98 findest du eine Beschreibung der Charta, die dir dabei helfen kann, die Rechte und Freiheiten zu bestimmen, die sich auf die Themen im Kapitel beziehen. Später kannst du die Informationen, die du gesammelt hast, als Beweismaterial verwenden, um deine Ideen in deiner Debatte zu bekräftigen. Wie schützt die Charta individuelle Rechte und Freiheiten? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt wirst du über die Charta der Rechte und Freiheiten lesen. Es wird erklärt, wie sie unsere individuellen Rechte schützt. Hier gibt es Eine wahre Geschichte über die Durchsuchung von Schließfächern in einer kanadischen Schule, wodurch die individuellen Rechte eines Schülers betroffen wurden. Eine Beschreibung der Charta als wichtigen Teil der Gesetzgebung, der in Kanadas Verfassung verankert ist. Einen Blick auf Ereignisse, die die Rechte des Einzelnen in Kanadas Vergangenheit betroffen haben. Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte auf Die individuellen Rechte und Freiheiten, die in diesem Kapitel aufgezählt werden. Die Verantwortungen, die mit bürgerlichen Rechten verbunden sind. Die Auswirkungen von staatlichem Handeln auf individuelle Rechte und Freiheiten. Kanadas Charta der Rechte und Freiheiten stammt aus dem Jahr 1982. Die Charta beinhaltet individuelle Rechte und Rechte für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, die auch Kollektivrechte genannt werden. Dieses Kapitel untersucht individuelle Rechte. Kapitel 4 untersucht Kollektivrechte. Über das Ziel hinaus. Frei nach einer Wahrengeschichte, die in einer Schule in Kanada passierte. An alle Schüler, bleibt bitte in euren Klassenzimmern, während die Polizei eine routinemäßige Durchsuchung in der Schule durchführt. Frei nach einer Wahrengeschichte, die in einer Schule in Kanada passierte. Was hast du gefunden, Junge? Meine Güte! Du bist verhaftet! Der Schüler wurde angeklagt. Vor Gericht hat er die Anklage angefochten und sich auf seine Rechte nach der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten berufen. Die Charta der Rechte und Freiheiten Abschnitt 8 Jeder hat das Recht auf Sicherheit vor unangemessener Durchsuchung und Beschlagnahmung. Zwei Jahre später Die Anklage gegen einen Schüler der St. Patrick High School wurde heute abgewiesen. Der Richter entschied aufgrund Kanadas Charta der Rechte und Freiheiten, dass die Durchsuchung seines Schließfrauchs durch die Polizei unangemessen war. Dieser Reporter fragte andere Schüler über ihre Ansicht zu dieser Entwicklung. Wir haben Rechte, damit Autoritätspersonen wie die Polizei oder die Regierung keine unfairen Sachen machen können. Die Polizei kann nicht einfach mit Hunden kommen und wahllos Schließfächer einer Schule durchsuchen. Sie müssen dafür einen Grund haben. Unsere Rechte beschützen uns. Ohne sie hätten wir einen Polizeistaat. Die Polizei muss Leute fassen, die Drogen oder Waffen in der Schule haben. Wenn sie Hunde benutzen und dann Schließfächer durchsuchen, ist mir das Recht. Die Rechte von Menschen, die auf diese Weise gefasst werden, interessieren mich nicht. Ich will nur, dass meine Schule sicher ist. Inwiefern sollten individuelle Rechte und Freiheiten in der Gesellschaft geschützt werden? Mit welcher Ansicht stimmst du überein? Warum? Was ist die Charta der Rechte und Freiheiten? Die Charta der Rechte und Freiheiten ist Teil von Kanadas Verfassung. Die Verfassung bildet das Gerüst, wie Kanada regiert werden soll. Die Verfassung ist Kanadas oberstes Gesetz. Alle anderen Gesetze müssen damit übereinstimmen. Vor der Einführung der Charta hatten die provinzielle und föderale Regierung von Kanada eine Vielzahl von Gesetzen, die sich mit individuellen Rechten befassen, und haben sie immer noch. Die Charta schaffte verfassungsrechtlichen Schutz für individuelle Rechte und Freiheiten, die für Gesetze und Regierungen in ganz Kanada gelten. Aufgrund der Charta können Kanadier vor Gericht Gesetze anfechten, die ihre Rechte beschränken. Die Judikative trifft Entscheidungen über diese Anfechtungen, indem sie interpretiert, wie die Charta angewendet werden soll. Sie streicht alle Gesetze, die Rechte in ungerechtfertigter Weise einschränken. In der Charta steht, dass die Regierung von Kanada berechtigt ist, Rechte einzuschränken, wenn die Beschränkungen nötig sind, um Kanada als freie und demokratische Gesellschaft zu erhalten. Warum könnten Kanadier unterschiedliche Ansichten darüber haben, welche Beschränkungen gerechtfertigt sind? In einer freien, demokratischen Gesellschaft ist es wichtig, dass die Bürger genau wissen, auf welche Rechte und Freiheiten sie Anspruch haben und an wen sie sich wenden können, falls diese Freiheiten ihnen verweigert werden oder ihre Rechte verletzt werden. In einem Land wie Kanada gewaltig und vielfältig, mit elf Regierungen, zwei Staatssprachen und mit unterschiedlichen ethnischen Ursprüngen ist der einziges richtige Weg, jedem gleichberechtigtem Schutz zu gewähren, wenn man diese Grundrechte und Freiheiten in der Verfassung verankert. Wir haben eine kanadische Charta der Rechte und Freiheiten, die bestimmte Rechte für uns alle anerkennt, wo auch immer wir in Kanada leben. Jean Chrétieng, The Charter of Rights and Freedoms, The Guide for Canadians, Ottawa 1982 Jean Chrétieng war von 1993 bis 2003 Premierminister von Kanada. Als die Charta der Rechte und Freiheiten 1982 Teil der Verfassung Kanadas wurde, war er Justizminister. Laut Jean Chrétieng, warum ist es wichtig, die Charta in der Verfassung zu verankern? Stimmst du mit ihm überein oder nicht? Deine individuellen Rechte im Rahmen der Charta Die Charta legt die Rechte und Freiheiten dar, die Kanadier in einer freien und demokratischen Gesellschaft für notwendig halten. Diese Rechte und Freiheiten schränken ein, was die Regierung machen darf. Aufgrund der demokratischen Rechte der Kanadier darf die Regierung zum Beispiel Wahlen nicht verbieten und somit zu einer Diktatur werden. Die folgende Liste beschreibt deine individuellen Rechte und Freiheiten im Rahmen der Charta. Grundfreiheiten Die Freiheit, deine Meinungen zu äußern. Die Freiheit, deine Religion zu wählen. Die Freiheit, friedliche Demonstrationen und Treffen zu veranstalten. Die Freiheit, mit jeder Person oder Gruppe zu assoziieren. Demokratische Rechte Das Recht, Abgeordnete des Unterhauses, House of Commons und der provinziellen Legislativen zu wählen. Das Recht, mindestens alle fünf Jahre eine neue Regierung zu wählen. Mobilitätsrechte Das Recht, sich überall in Kanada zu bewegen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das Recht, nach Kanada einzureisen, in Kanada zu bleiben oder Kanada zu verlassen. Wusstest du das? Mit zwei Ausnahmen gewährt die Charta der Rechte und Freiheiten jeder Person in Kanada die gleichen Rechte, ob sie kanadische Staatsbürger sind oder nicht. Die Ausnahmen sind das Wahlrecht und das Recht, Kanada frei zu verlassen und wieder einzureisen. Nur kanadische Staatsbürger haben diese Rechte. Rechtsansprüche Das Recht, frei von Inhafterierung, grundloser Durchsuchung und Beschlagnahmung zu sein. Das Recht auf eine schnelle und faire öffentliche Verhandlung vor einem unvoreingenommenen Gericht, das Unschuld annimmt, bis Schuld bewiesen wird. Gleichberechtigung Das Recht, ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler oder ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter, sowie geistiger oder körperlicher Behinderung zu leben. Verbindung zu den großen Ideen Erste Gemeinschaft bedeutet, dass man einen Platz für sich und andere in der Gesellschaft schafft. Inwiefern unterstützt die Charta dieses Ziel? Erstelle mit technologischer Hilfe sowohl einen Forschungsplan für diese Frage, als auch einen Zeitplan. Zweiter untersuche die individuellen Rechte und Freiheiten, die in diesem Kapitel auflistet werden. Was glaubst du? Welche Verantwortung hat man aufgrund dieser Rechte? Vervollständige eine T-Tabelle wie diese Rechte und Freiheiten Verantwortungen Demokratische Rechte Die Verantwortung, Wahlergebnisse zu respektieren Die Verantwortung zu wählen Was denkst du? In welchem Umfang nehmen die Kanadier diese Verantwortung wahr? Überlege dir, ob du deine Entschlüsse mit Beweisen und Begründungen in der informellen Debatte in deiner Kapitelaufgabe verwenden willst. Vielfalt und Schüler für Wandel Emily ist Schülerin einer 9. Klasse in Calgary. Sie gehört zu einer Schülergruppe, die sich Vielfalt und Schüler für Wandel nennt. Die Gruppe fördert Bewusstsein und Respekt für die kulturelle Vielfalt in Kanada und in Emilys Schule. Die Gruppe veranstaltet während der Mittagspause Filmfeste über verschiedene Kulturen und engagiert sich gegen Bullying und Diskriminierung. Beim Durchschalten der verschiedenen Fernsehkanäle bemerkte ich, dass in vielen Programmen rassistische oder sexistische Bemerkungen waren. Das passiert auch oft in der Musik. Ich überlegte mir, was ich unternehmen könnte, um dagegen anzugehen. Ich denke, es ist leichter, die Ansichten von jungen Menschen zu ändern, als die von Erwachsenen. Respekt ist alles, worauf sich unsere Welt gründet. Wenn du keinen Respekt hast, kannst du auch nicht kooperieren. Ohne Respekt hat man keine Freunde und ist nicht glücklich. Wenn wir in unserer Welt glücklich sein wollen, müssen wir teilen. Wir müssen anderen Menschen helfen. Einmal im Jahr veranstalten wir einen Tag der Vielfalt. Dazu gehören Aufführungen, die verschiedene Kulturen unserer Schule zeigen. Wir haben auch Workshops und Gastredner. Es ist richtig cool. Emily gehört zu einer Schülergruppe, die Respekt für andere fördern will. Überlege dir, welchen Beitrag leistet ihre Arbeit für die kanadische Gesellschaft? Welchen Beitrag könntest du in deiner Schule leisten? Was reflektiert die Charta über die heutige Gesellschaft im Vergleich zu der Vergangenheit? Dieser Abschnitt beschreibt einige Ereignisse aus der Geschichte Kanadas. Während du darüber liest, überlege, welche Auswirkungen die Maßnahmen der Regierung auf individuelle Rechte und Freiheiten hatten. Welche Einstellung zu individuellen Rechten spiegelt die Charta wider? Vergleiche beides. Die First Nations und der Indian-Act 1876 verabschiedete das Parlament den Indian-Act. Dieses Gesetz betraf die First Nations, die Verträge mit der kanadischen Regierung abgeschlossen hatten. Das Gesetz wurde verabschiedet, ohne die First Nations dazu zu konsultieren. Dies geschah zu einer Zeit, in der Menschen europäischer Herkunft ihre Sitten und Gewohnheiten in der Regel denen anderer Kulturen als überlegen ansahen. Zu bestimmten Zeitpunkten hat der Indian-Act folgendes verlangt. Die Menschen der First Nations dürften nur mit Erlaubnis der Regierung ihre traditionellen Gewänder tragen. Traditionelle Zeremonien, ZB der Sonnentanz der Siksika, wurden verboten. Die Menschen der First Nations konnten keine politischen Maßnahmen ergreifen. Mehr über den Indian-Act ist auf Seite 137 zu finden. Dieses Foto von 1930 zeigt die Plume-Familie, Mitglieder der Zu-Tina First Nation in Calgary. Wie hat der Indian-Act die Rechte und Freiheiten der Menschen der First Nations eingeschränkt? September 1892 im heutigen Alberta musste BP Head der Zu-Tina First Nation einen Ausweis vorweisen, um sein Reservat zu verlassen. Zusätzlich zum Indian-Act war dieses Ausweissystem noch eine weitere Politik der Regierung Kanadas, um die individuellen Rechte der First Nations einzuschränken. Kanadische Frauen und das Wahlrecht Für mehr als 50 Jahre, bis 1918, dürften Frauen nach dem Elections-Act nicht wählen. Das Gesetz verbot ihnen auch, für föderale Wahlen zu kandidieren. Kanadische Frauen begannen 1876 für das Wahlrecht auf die Straße zu gehen. Emily Howard Stowe, die erste praktizierende Ärztin Kanadas, gründete einen Verein, um das Frauenwahlrecht zu fördern. Diese Idee war zu der Zeit so radikal, dass sie dem Verein einen Decknamen gab, der Toronto-Lesezirkel für Frauen. Über die folgenden vier Jahrzehnte breitete sich der Kampf für das Frauenwahlrecht allmählich weltweit aus. Englands bekannte Suffragetten veranstalteten große, leidenschaftliche Demonstrationen und wurden oft wegen ihrer Ansichten inhaftiert. Wusstest du das? Der historische Kontext Der historische Kontext behandelt Ereignisse und allgemein anerkannten Werte und Einstellungen, die das Handeln der Menschen in der Vergangenheit geformt haben. Es ist sinnvoll, den historischen Kontext in Betracht zu ziehen, denn so wird dir klar, dass auch die Gegenwart von Ereignissen, Werten und Ansichten geprägt wird. Wenn man die Vergangenheit mit der Gegenwart vergleicht, geht es nicht darum, dass man die Vergangenheit beurteilt, sondern dass man die Gegenwart besser versteht. Die Gegenwart ist mit der Vergangenheit verknüpft. Der historische Kontext trägt dazu bei, diesen Zusammenhang zu verstehen. Auf Seite 342 im Kompetenzbereich gibt es mehr Informationen über den historischen Kontext. Aufforderung Denke kritisch Welche Einstellung zu Frauen reflektiert die Charta heute? Was meinst du? Inwiefern ist das Wahlrecht sowohl Verantwortung als auch Recht? Dieses Foto von New York 1915 zeigt kanadische Frauen bei einer Demonstration für das Frauenwahlrecht Teil eines Kampfes, der schon seit Jahrzehnten in Europa und Nordamerika geführt wurde. Welche Beweise gibt es auf diesem Foto, dass Frauen aus aller Welt das Wahlrecht anstrebten? Die Internierung ukrainischer Kanadier Am Anfang des Ersten Weltkriegs 1914 wurden mehr als 8000 Menschen ukrainischer und deutscher Herkunft verhaftet und wegen ihrer Identität in Internierungslager gesperrt. Kanada und seine Verbündeten befanden sich mit Deutschland und Österreich-Ungarn im Krieg und ein Teil der Ukraine lag im Feindesland. Kanadas Regierung veranlasste die Verhaftungen aufgrund des Gesetzes für Kriegsmaßnahmen, War Measures Act, das zu Beginn des Krieges 1914 verabschiedet worden war. In vielen Fällen beschlagnahmte die Regierung die Häuser und Güter der Verhafteten. In erster Linie wurden Männer interniert, aber ihre Familien gingen oft mit ins Lager, da sie keine andere Wahl hatten. Die Internierten mussten Arbeit verrichten, z.B. bauten sie Straßen. Sie bekamen dafür keinen Lohn. Auch nach dem Krieg, als das Gesetz für Kriegsmaßnahmen nicht mehr in Kraft war, verlangte die Regierung, dass viele Menschen weiter in den Lagern interniert blieben und ohne Lohn arbeiten mussten. 2005 verabschiedete das kanadische Parlament das Gesetz über die Anerkennung internierter Menschen ukrainischer Herkunft. Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition Act Dieses Gesetz setzt sich mit dem Unrecht in der kanadischen Geschichte auseinander. Es fordert ein besseres öffentliches Verständnis, der wichtigen Rolle der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten in der Achtung und Förderung der Grundwerte, die sie widerspiegelt und die Rechte und Freiheiten, die sie garantiert. Die Internierung italienscher Kanadier Während des Zweiten Weltkriegs wandte Kanada das Gesetz für Kriegsmaßnahmen an, um Menschen italienischer Herkunft zu verhaften und sie in Lager zu sperren. Die Festnahmen begannen am 10. Juni 1940, als Italien unserem Land den Krieg erklärte. Die Festnahmen betrafen zum größten Teil Männer, aber manche Familien mussten den Männern folgen. Die Regierung beschlagnahmte zum Teil das Eigentum der Inhaftierten. Diese Festnahmen betrafen etwa 700 Menschen. Antonio Rebaudengo war einer der Inhaftierten. Seine Familie hat seine Briefe aus dem Lager aufbewahrt. Am 2. Juni 1941 schrieb er, meine Gedanken sind ständig bei euch. Mögen wir gesund bleiben und dann sehen wir weiter. Freud und Leid, Liebe und Hass, das sind die Höhen und Tiefen des Lebens. Es ist ein ewiges Hin und Her. Wenn ich unbeabsichtigt an meine Arbeit bei der Eisenbahn oder an einen Bekannten denke, rege ich mich auf und versuche, es zu vergessen. Ich hoffe, zu Hause ist alles in Ordnung. 1990 entschuldigte sich Premierminister Brian Morvone bei der italienischen Gemeinde Kanadas für die Internierung. Einige Mitglieder der Gemeinde verlangten Entschädigung von der Regierung. 2007 wurde immer noch darüber verhandelt. Die Internierung japanischer Kanadier Am 7. Dezember 1941 während des Zweiten Weltkriegs hat Japan Pearl Harbor angegriffen. Kanadier japanischer Herkunft wurden plötzlich mit Argwohn betrachtet oder sogar gehasst, obwohl die meisten von ihnen in Kanada geboren und aufgewachsen waren. Im Februar 1942 entschied die kanadische Regierung, alle Menschen japanischer Herkunft von der Westküste wegzusiedeln. Unter dem Gesetz für Kriegsmaßnahmen wurden mehr als 20.000 Männer, Frauen und Kinder dazu gezwungen, ihre Gemeinden zu verlassen. Sie durften nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Sie wurden auf Züge geladen und landeinwärts transportiert, meistens in abgelegene Gemeinden im Hinterland von Bici. Sie durften die Lager nicht ohne Genehmigung der RCMP verlassen. Die Regierung versprach, den Besitz der Japaner zu bewahren, aber im Jahr 1943 hat sie ihre Häuser, Geschäfte und Besitztümer verkauft. Familien, die sich in jahrzehntelanger Arbeit eine Existenz in Kanada aufgebaut hatten, standen plötzlich vor dem Nichts. Im Jahr 1988 entschuldigte sich die kanadische Regierung bei den japanischen Kanadieren. Warum hat sich die kanadische Regierung aufgrund der Werte und Einstellungen in der Charta bei den japanischen Kanadieren entschuldigt? Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1942. Japanische Kanadier werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in Internierungslagern im Hinterland von Bici zu leben. Wie analysiert man Ursache und Wirkung? In dem vorhergehenden Abschnitt hast du über fünf Ereignisse aus der Geschichte Kanadas gelesen, in denen staatliches Handeln eine große Auswirkung auf individuelle Rechte und Freiheiten hatte. Jedes dieser Ereignisse hatte Auswirkungen für die Ansichten und Perspektiven der Individuen und Gruppen über Rechte und Freiheiten in Kanada. Welche Auswirkungen? Wie betreffen die Auswirkungen unser heutiges Verständnis der Charta? Verwende die folgenden Fragen, um eines der Ereignisse allein oder mit einem Partner zu besprechen. Identifiziert die staatliche Handlung, um die es geht und wie sie Individuen und Gruppen betrifft. Versuche, deine Ideen zu ordnen. Die folgenden Fragen helfen dabei. Welche Ereignisse, Werte und Ansichten veranlassten die staatliche Handlung? Welchen Beweis kannst du in den Informationen finden, um die Ursachen zu identifizieren? Was ist anschließend passiert? Wie lassen sich die Ursachen und Wirkungen in der Bedeutung und Auswirkung vergleichen? Ordne sie der Reihe nach. Wie lässt sich die Absicht der Regierungsmaßnahmen mit den Ergebnissen vergleichen? Wie beeinflusst die Charta die Gesetzgebung in Kanada? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt wirst du darüber lesen, wie die Charta die Gesetzgebung beeinflusst. Hier findest du Beispiele von Bürgern, die ihre individuellen Rechte behaupten, indem sie die Gesetzgebung der Regierung anfechten. Beispiele von Ereignissen, die sich auf individuelle Rechte auswirken. Was solltest du beachten? Während du den Abschnitt liest, suche nach Antworten zu diesen Fragen. Wie üben Bürger ihre Rechte aus? In welchem Maße handeln die Gesetzgeber fair und angemessen, wenn sie individuelle Rechte schützen? Welche Auswirkung haben staatliche Maßnahmen auf individuelle Rechte? Kommunikationsbarrieren durchbrechen Stell dir vor, du liegst in einem Krankenhaus und keiner der Ärzte oder Krankenpfleger spricht deine Sprache. Für Robin Eldridge, sowie John und Rinde Owen aus BC wurde das zur schrecklichen Realität. Alle drei sind seit ihrer Geburt taub. Bis zum Jahr 1990 stellte eine gemeinnützige Agentur ihnen für Arztbesuche kostenlos einen Übersetzer für Zeichensprache zur Verfügung. Als aber die Mittel knapp wurden, stellte die Agentur diese Dienstleistung ein. Als Robin Eldridge das nächste Mal ins Krankenhaus musste, stellte sie fest, dass die Provinz ihr keinen Übersetzer zur Verfügung stellen würde, um die Ratschläge ihres Arztes zu verstehen. Als Linda Owen Zwillinge zur Welt brachte, musste sie hilflos mit ansehen, wie ihre Babys zur Untersuchung aus dem Zimmer gebracht wurden. Sie war nicht in der Lage zu fragen, wohin man die Babys brachte und warum. Das Ehepaar Owen verklagte die Regierung von BC gemeinsam mit Robin Eldridge. Sie behaupteten, dass Menschen, die auf Zeichensprache angewiesen sind, Übersetzer nötig hätten, um angemessen mit Beschäftigten des Gesundheitswesens kommunizieren zu können. Sie waren der Ansicht, dass die Regierung von BC ihre Gleichstellungsrechte gemäß der Charta verletzen würde, wenn sie ihnen keine Übersetzer zur Verfügung stellte. Die drei brachten ihren Fall bis vor den obersten Gerichtshof und gewannen. Rund um die Uhr geöffnet Hast du jemals einen Sonntagnachmittag mit Einkaufen verbracht? Für viele eurer Eltern war das einfach nicht möglich. Bis 1985 war es wegen dem Rolls-Day-Act, Gesetz der Sonntagsruhe, für die meisten kanadischen Geschäfte illegal, sonntags geöffnet zu haben. Das Gesetz hielt den christlichen Sabbat oder Tag der Ruhe aufrecht. Im Mai 1982, als die Charta der Rechte und Freiheiten seit drei Monaten Teil der kanadischen Verfassung war, veranstaltete der BKM Drug Mart in Calgary absichtlich einen verkaufsoffenen Sonntag, um den Rolls-Day-Act anzufechten. Sie haben absichtlich das Gesetz gebrochen, um ihre Ansicht dazu auf den Punkt zu bringen. Als der Fall vor den obersten Gerichtshof kam, verwarf dieser das Gesetz. Er befand, dass der Rolls-Day-Act das fundamentale Grundrecht aller Kanadier auf Gewissens- und Religionsfreiheit verletzt. Inwieweit hat das Recht, an Sonntagen einkaufen zu können, Einfluss auf dein Leben? Einschränkungen beim Fliegen Im Juni 2007 schränkte die kanadische Regierung aus Sicherheitsgründen Flugreisen für bestimmte Personen ein. Warum gibt es wohl unterschiedliche Meinungen über diese Flugverbotsliste? Welche Beweise dafür kannst du in den Artikeln finden? Kanada startet Flugverbotsliste im Juni. Toronto Star, 12. Mai 2007 Ottawa, eine kanadische Flugverbotsliste von Personen, die von bestimmten Flugreisen ausgeschlossen werden, soll am 18. Juni in Kraft treten. Diese Personen stehen bei den Bundesbeamten unter und emp, quad, dringendem Anfangsverdacht und emp, quad, die Sicherheit von Flugzeugen, Passagieren oder Besatzung zu bedrohen. Nach diesen Regeln werden die Namen aller Passagiere beim Check-in automatisch überprüft und mit der Flugverbotsliste verglichen. Die neuen Regeln gelten für alle Passagiere, die zwölf Jahre oder älter zu sein scheinen und emp, quad. Wer befindet sich auf der Liste? Personen, die man für eine Bedrohung der Luftfahrt hält, darunter Mitglieder von Terrorgruppen, sowie Personen, die wegen einer oder mehrerer schwerer und lebensbedrohlicher Straftaten gegen die Luftfahrtsicherheit verurteilt worden sind. Nach einem Artikel von Tonde McShaws Aufforderung, die Flugverbotsliste aufzuheben Juni 2007 Kanadas Datenschutzbeauftragte Jennifer Stoddard meint, die Regierung sollte Kanadas neue Flugverbotsliste aufheben. Die Datenschutzbeauftragte schützt die Privatsphäre von Kanadiern, wie es das kanadische Datenschutzgesetz, Canada und APOS, as Privacy Act, verlangt. Stoddard ist der Meinung, dass in der Flugverbotsliste heimlich personenbezogener Daten verwendet werden, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Rechte aller Kanadier einschließlich der Vereinigungsfreiheit und der Bewegungsfreiheit hat. Lindsay Scotten studiert Fragen für die Datenschutzbeauftragte. Sie meint, Luftverkehrssicherheit wäre schon wichtig, aber das gilt auch für Rechte. Die Flugverbotsliste hebt die Rechte von Menschen auf Verdacht auf. Wie steht es mit dem Recht, unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist? Nach Scottens Ansicht ist es schwierig, hier ein Gleichgewicht zu finden. Nach Forschung über Ereignisse, Ansichten und Perspektiven Auf Seite 107 gab es einige Informationen über Kanadas Flugverbotsliste. Die Flugverbotsliste war eine von vielen neuen Sicherheitsmaßnahmen, die individuelle Rechte einschränkten. Kanada verabschiedete diese Maßnahmen, darunter auch das Antiterrorgesetz, das in der Karikatur dargestellt wird, nach den Ereignissen vom 11. September 2001. Am 11. September 2001 lenkten Mitglieder der Gruppe Al-Qaida zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City. Diese Karikatur ruft dieses Ereignis in Erinnerung, jedoch in einem neuen Kontext. Die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten wird als Flieger geschildert, und das Antiterrorgesetz repräsentiert einen Turm in der Flugbahn des Fliegers. Das Problem identifizieren und ansprechen Werbeverbot für Jungfot Werbung hat das Ziel, Menschen jeden Alters zu überreden, Produkte zu kaufen. Wie könnte die Charta der Rechte und Freiheiten Entscheidungen über die Werbung für Kinder beeinflussen? Während du diese Seite liest, überlege dir, wie die Charta auch andere Entscheidungen für Kinder, ZB-Produktnormen für Spielzeuge, Spiele und Fernsehsendungen beeinflussen kann. Experten warnen, Lebensmittelwerbung ist schädlich für Kinder. Ken West News Service 27. Oktober 2006 Montreal Experten behaupten, dass die Vermarktung von Lebensmitteln an Kinder gewaltig und gefährlich sei. Sie meinen, es gebe einen wichtigen Zusammenhang zwischen Jungfot-Werbung und ungesunden Essgewohnheiten. Kinder verfügen über ihr eigenes Taschengeld und beeinflussen Familieneinkäufe zwei Gründe, weshalb sich Werbung an Kinder richtet, so Jordan LeBell, Lehrer an der Conner Schule für Hotelverwaltung. Aber Werbung für Kinder hat auch das Interesse der Gesetzgeber geweckt, weil Kinder gefährdet seien, fügte er hinzu. Bis zum Alter von neun Jahren sind Kinder nicht in der Lage, Werbung von normalen Fernsehsendungen zu unterscheiden, sagte LeBell. Nach einem Artikel von Charlie Fiddleman Verbindung zu den großen Ideen Erster untersuche eines der Themen in diesem Abschnitt gründlicher. Zuerst musst du Fakten, Ansichten und Perspektiven sammeln. Verwende eine Tabelle wie diese, um Notizen zu machen. Dann kannst du deine eigene Meinung darüber festlegen und eine Stellungnahme schreiben. Stütze dein Argument durch Beweismaterial. Du kannst diese Arbeit als Vorbereitung für deine Kapitelaufgabe verwenden. Sollte die Regierung Werbung an Kinder verbieten, ZB Jungfut Werbung? Ja, Fakten, Ansichten, Perspektiven. Nein, Fakten, Ansichten, Perspektiven. Meine Meinung. Zweiter inwiefern ist die Charta ein effektiver Teil der Gesetzgebung in Kanada? Wähle ein Beispiel aus diesem Abschnitt, um deine Antwort zu erläutern. Deine Aufgabe Geschickte Entscheidungsfindung und Problemlösen Dieser Abschnitt untersuchte, wie Gesetze unsere individuellen Rechte beeinflussen. Es gab Beispiele von Bürgern, die Entscheidungen trafen, ihre Rechte zu behaupten. Auf den folgenden Seiten kommen weitere Beispiele. Welche Strategien haben diese Bürger bei ihrem Entschluss, Maßnahmen zu ergreifen, angewendet? Effektive Entscheidungsfindung ist eine wichtige Fähigkeit, die jeder Bürger lernen sollte. Jede Entscheidung, die wir treffen, betrifft auch andere besonders Entscheidungen über Gesetze, die alle befolgen müssen. Geschickte Entscheidungsfindung hilft uns dabei, richtige Maßnahmen zu ergreifen. Sie trägt dazu bei, eine Gesellschaft aufzubauen, die dich und andere einschließt. Was gehört zur geschickten Entscheidungsfindung und zum Problemlösen? Ich bemühe mich, zuverlässige Informationen zu finden. Man kann keine effektiven Entscheidungen treffen, wenn man nur vermutet, was andere denken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, erstelle ich eine Liste der Vor- und Nachteile meiner Möglichkeiten. Dann wäge ich ab und treffe die Entscheidung, die mein Problem am besten löst. Das ist nicht immer die einfachste Entscheidung, aber sie löst mein Problem definitiv. Für die Entscheidung, welche Highschool ich nächstes Jahr besuche werde, nehme ich mir viel Zeit. Ich möchte alle Seiten und Möglichkeiten prüfen. Spontane Entscheidungen sind nicht immer die besten. Versuch das mal! Jeden Tag triffst du Entscheidungen über einfache Fragen. Für schwierigere Probleme sind manchmal mehrere Schritte nötig, damit du die Fragen sortieren und von allen Seiten betrachten kannst, bevor du eine Entscheidung triffst. Schau dir die folgende Tabelle an. Hier gibt es zwei Szenarien, mit denen du üben kannst, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Die Tabelle gibt dir eine Reihe Fragen, die dir helfen, die Szenarien zu bearbeiten. Die Szenarien haben mit individuellen Rechten und Freiheiten zu tun. Bearbeite sie mit einem Partner und nimm die Zusammenfassung der Charta auf Seite 97 und 98 zur Hilfe, um Ideen zu sammeln. Welche anderen Szenarien, die mit Rechten zu tun haben, kommen euch in den Sinn? Wie könnte die Charta sie beeinflussen? Welche Probleme könnten sich aus dieser Situation ergeben? Welche individuellen Rechte und Freiheiten wurden verletzt oder geschützt? Warum? Für wen ist das ein Problem? Warum ist eine Entscheidung für dieses Problem nötig? Welche möglichen Lösungen gibt es? Was wäre deine Entscheidung, wenn du dich in dieser Situation befindest? Problem A Du läufst mit deinen Freunden die Straße entlang. Ihr werdet von einem Polizisten angehalten und durchsucht. Problem B Du bist kanadischer Staatsbürger mit einem gültigen Pass und willst Familie im Ausland besuchen. Bei der Sicherheits-Kontrolle am Flughafen wirst du festgehalten. Es wird dir nicht gestattet, das Land zu verlassen. Weitere Probleme Welche Auswirkungen hat die Charta auf den Arbeitsplatz? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt erfährst du, wie die Charta angewendet wird, um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Hier findest du Einen Fall, wo Frauen sich auf die Charta berufen haben, um Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu erlangen. Eine Zusammenfassung darüber, wie die Charta Arbeitnehmer vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützt. Junge Menschen sind wichtige Arbeitskräfte für Kanadas Wirtschaft. Die Zahl der jungen Menschen mit Arbeitsstellen hängt von der Wirtschaftslage ab. In Zeiten, wo es Mangel an Arbeitskräften gibt, haben viele junge Menschen Arbeitsstellen, ZB als Kellner oder Kellnerinnen. Überlege dir, welche Probleme am Arbeitsplatz könnten dir vielleicht begegnen, wenn du als Kellner oder Kellnerin in einem Restaurant arbeitest. Wie könnte die Charta dich am Arbeitsplatz schützen? Was solltest du beachten? Während du den Abschnitt liest, achte darauf, wie die Charta angewendet wird, um Arbeitnehmer vor Diskriminierung am Arbeitsplatz zu schützen. Welche Jobs sind für Jugendliche in Alberta rechtlich zulässig? Am Arbeitsplatz mit der Charta der Rechte und Freiheiten Im Jahr 2001 starteten vier Frauen aus Ontario und fünf Gewerkschaften eine Anfechtung gegen die Charta. Sie behaupteten, die Provinz würde sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminieren. Ein Ontario-Gesetz aus dem Jahr 1993 forderte, dass die Provinz Männern und Frauen gleichen Lohn zahlte, wenn sie gleichwertige Arbeitserfahrung und Ausbildung hatten. Die vier Frauen behaupteten, die Provinz habe dieses Versprechen der Entgeltgleichheit nicht eingehalten und dass die Provinz ihnen und ihren Mitarbeiterinnen mehrere Millionen Dollar Nachzahlung schulde. Noch bevor der Fall vor Gericht verhandelt wurde, willigte die Regierung in Ontario ein, den weiblichen Arbeitnehmern eine Gesamtsumme von 414 Millionen Dollar für Lohnausfälle zu zahlen. Eine der Frauen, die diese Charta-Anfechtung in Bewegung setzte, war Mary Kelly, eine Gemeindeschwester. Frauen werden traditionell unterbezahlt, auch wenn sie die gleiche Arbeit wie Männer leisten. Meine Gewerkschaft sprach mich an und erzählte mir über die Charta-Anfechtung. Hier zeigte sich eine Gelegenheit, Frauenlöhne in der Provinz aufzubessern. Ich dachte mir, warum sollte jemand mehr verdienen als ich, wenn er die gleiche Arbeit macht? Die Gewerkschaft bat mich, eine eidesstattliche Aussage über meine Qualifikationen und meinen Lohn zu machen. Ich sagte, sicher, das mache ich gern, die Regierung zu dieser Zeit wollte die Lohngleichheit nämlich wieder rückgängig machen. Also traf ich mich mit der Anwältin der Gewerkschaft, Mary Cornish. Wir haben lange gesprochen und sie notierte sich alle Details meiner Situation. Dann wurde meine Aussage eingereicht und ich wurde über den Fall und über den Vergleich auf dem Laufenden gehalten. Dass wir 414 Millionen Dollar für die Frauen bekamen, wurde kaum in den Medien erwähnt. Ich glaube, ich war ein wenig enttäuscht, dass es nie zu einer Verhandlung kam. Ich war der Meinung, man hätte öffentlich bekannt machen müssen, dass die Regierung von Ontario Frauenrechte missachtet hat. Aber es war die Mühe wert. Immer wenn wir mehr Lohn für Frauen mit Niedriglöhnen bekommen können, lohnt es sich. Es gibt viele Alleinerziehende, die es einfach nicht schaffen können mit dem Lohn, den man Frauen zahlt. Es freut mich zu wissen, dass man wirklich etwas gegen die Regierung unternehmen kann. Dazu sind Anwälte nötig und viel Geld, aber es ist doch möglich. Allein schafft man das allerdings nicht. Eine Durchschnittsperson kann sich eine Mary Cornish oder jemand ihresgleichen nicht leisten. Sie hat eine Riesenarbeit geleistet. Es muss schon eine Gruppenanstrengung sein. Die Gewerkschaft, eine Organisation von Arbeitnehmern, die die Rechte und Interessen von Arbeitnehmern schützt, siehe Seite 231. Mary Kelly war eine von vier Frauen, die 2001 eine Kateranfechtung in Bewegung setzte. Es ging darum, dass Frauen den gleichen Lohn erhalten wie Männer. Der Fall von Mary Kelly konzentrierte sich auf Beschäftigungen, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, zum Beispiel Altenpflege. Die Anerkennung, dass Frauen das Recht auf Lohngleichheit haben, bestätigt ihren Wert als Bürger. Es reflektiert auch die Bedeutung ihrer Arbeit in der Gesellschaft. Überlege dir, wie könnten Rechte über Löhne die Lebensqualität beeinflussen. Aufforderung, denke kritisch. Gemeinschaft heißt, eine Gesellschaft aufzubauen, zu der jeder gehört. Wie sind individuelle Rechte und Gemeinschaft miteinander verbunden? Verbindung zu den großen Ideen Erster inwiefern ist die Wahl von Mary Kelly, eine Kateranfechtung zu starten, ein Beispiel für geschickte Entscheidungsfindung. Verwende die Tabelle auf Seite 111 und Beweismaterial aus dem Interview, um einen Überblick über die Faktoren, die zu ihrer Entscheidung führten, zu geben. Welche Entscheidung hättest du getroffen? Warum? Zweiter aufgrund des Beweismaterials in diesem Artikel, wie einfach oder schwierig ist eine Kateranfechtung? Was bedeutet das für die Wirksamkeit der Kater, die individuellen Rechte der Kanadier zu schützen? Hat man ein Recht auf Arbeit ohne Altersdiskriminierung? 1990 stritt sich Frau Prof. Olive Dickerson mit der Universität von Alberta darüber, dass sie nicht dazu gezwungen werden konnte, im Alter von 65 in Rente zu gehen. Die Kater sichert jedem gleichen Schutz und gleiche Vorteile des Gesetzes ohne Diskriminierung zu. Prof. Dickerson behauptete, erzwungene Pensionierung sei Altersdiskriminierung. Der oberste Gerichtshof stimmte ihr nicht zu, da sie, bevor sie ihre Lehrstelle antrat, vereinbart hatte, im Alter von 65 in Rente zu gehen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofes haben die Provinzen in Kanada ihre Gesetze bezüglich der Pensionierung überprüft. Manche Provinzen, einschließlich Alberta, entschieden, dass es illegal sei, dass Arbeitsgeber ihre Arbeitnehmer dazu zwingen, aufgrund ihres Alters in Rente zu gehen. Frau Dr. Olive Dickerson ist eine bedeutende Metis-Historikerin. Sie unterrichtete von 1985 bis 1992 an der Universität von Alberta. Was meinst du, warum sind Entscheidungen auf der Grundlage der Kater von Fall zu Fall verschieden? Macht das deiner Meinung nach die Kater effektiver oder weniger effektiv bei ihrem Versuch, individuelle Rechte zu schützen? Wusstest du das? Die Kater der Rechte und Freiheiten schafft Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Zum Beispiel hat jeder das Recht auf Arbeit ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Geschlecht. Verbindung zu den großen Ideen Erster Suche auf den Online-Seiten der Regierung nach weiteren Rechten von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Welche Informationen sind ähnlich oder Unterschiedlich zu denen in der Kater? Wie könntest du diese Informationenkompetenz nutzen, wenn du dich um eine Stelle bewirbst? Auf Seite 361 findest du Bereich Tipps, wie man eine Online-Suche durchführt. Zweiter als Kapitelaufgabe musst du an einer informellen Debatte über die wichtigste Katerfrage zu individuellen Rechten und Freiheiten von Horten. Heute teilnehmen Verwende die Informationen auf den Seiten 113 bis 115 und deine Online-Forschung aus Frageraute 1, um Fragen über Rechte am Arbeitsplatz zu beurteilen. Wie wichtig sind diese Rechte deiner Meinung nach? Warum? Deine Aufgabe Bring deine Aufgabe zum Abschluss Inzwischen hast du Informationen gesammelt, um dir bei deiner Kapitelaufgabe zu helfen. Als Teil der Aufgabe musst du eine informelle Debatte über folgendes Thema organisieren. Was meinst du, ist das wichtigste Thema der Kater über individuelle Rechte und Freiheiten im heutigen Kanada? Fasse deine Ideen zusammen Überprüfe die Forschung, die du auf Seite 91 begonnen hast und fasse deine Ideen zusammen. Ergänze alle anderen Informationen, die du bei deiner Forschung gefunden hast, um das Thema zu besprechen. Formuliere deine Schlussfolgerungen und deine Meinung. Vergiss nicht Deine Meinung zu dem Thema zu äußern Deine Ideen, gestützt durch Beweismaterial zu präsentieren Deine Ideen logisch und überzeugend zu ordnen Plane eine informelle Debatte Es gibt viele verschiedene Wege, eine informelle Debatte zu organisieren. Plane deine Debatte mit Hilfe einer der folgenden Formate Die Hufeisendebatte In einer Debatte mit dieser Form setzen sich die Teilnehmer in Hufeisenform. Diejenigen, die mit der vorgeschlagenen Idee übereinstimmen, sitzen auf der einen Seite. Diejenigen, die widersprechen, sitzen auf der anderen Seite. Die Teilnehmer, die sich nicht entscheiden können, sitzen in der Mitte. Jeder bekommt die Gelegenheit, seine Position zu erklären. Man darf seine Position ändern, wenn man vom Argument einer anderen Person überzeugt wird. Die Debatte in Kleingruppen In einer Kleingruppendebatte sitzen vierer Gruppen einander gegenüber. Jeder führt sein Argument vor und die anderen stellen Fragen, um die Ideen zu klären. Man darf seine Position ändern, wenn man von den Ideen und Beweismaterialien einer anderen Person überzeugt wird. Die Vier-Ecken-Debatte Vier Schilder werden in den vier Ecken des Klassenzimmers aufgestellt zustimmen, stark zustimmen, widersprechen und entschieden widersprechen. Zu Beginn der Debatte wählt jeder das Schild, das seine Meinung über die vorgeschlagene Idee am besten ausdrückt und setzt sich unter das Schild. Alle vier Ecken präsentieren ihre Informationen. Wenn man zu etwas anderem überzeugt wurde, geht man in die Ecke, die die neue Position am besten ausdrückt. Wiederholung Kapitel 3 Worum ging es in Kapitel 3? Wie schützt die Charta individuelle Rechte und Freiheiten? Wie beeinflusst die Charta die Gesetzgebung in Kanada? Wie beeinflusst die Charta den Arbeitsplatz? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf. Benutze, was du in diesem Kapitel gelernt hast, um deine eigene informierte Ansicht über das Thema dieses Kapitels zu bilden. Wie effektiv schützt Kanadas Charta der Rechte und Freiheiten unsere individuellen Rechte? Folge den Anleitungen, zeige, was du gelernt hast, auf Seite 55, um deine Ansicht zu präsentieren. Teile, was du gelernt hast. Entwerfe ein Poster, das die Beziehung zwischen den Rechten und Freiheiten, die in der Charta skizziert werden, und der Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrung dieser Rechte, darstellt. Benutze Slogans, Schlüsselwörter und Bilder, um deinen Standpunkt zu erläutern. Dein Poster sollte ansprechend und überzeugend sein. Erkundige dich, ob du dein Poster in deiner Schule oder Gemeinde aufhängen darfst. Unternimm etwas Dieses Kapitel zeigte Beispiele von Menschen, die ihre Lebensqualität verbesserten, indem sie Maßnahmen zu Themen ihrer individuellen Rechte und Freiheiten ergriffen. Bedenke, welche Themen für deine individuelle Rechte und Freiheiten wichtig sind. Vielleicht sind es Themen in deiner Schule, deiner Gemeinde oder in der Welt. In diesem Kapitel hast du geübt, geschickt Entscheidungen zu treffen. Wende diese Fähigkeit an, um zu entscheiden, ob und wie du Maßnahmen auf den Weg bringen kannst. Reflektiere, bevor du vergisst. Überlege dir, was du in diesem Kapitel gelernt hast. Schreibe diese Gedanken fertig. In diesem Kapitel habe ich über Entscheidungsfindung und Problemlösung herausgefunden. Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel über individuelle Rechte und Freiheiten gelernt habe, ist Das, was ich noch über die Charta und ihren Einfluss auf Gesetze erfahren möchte, ist Links mit der Technologie Erstelle eine Multimedia-Präsentation, die die Rolle der Charta in der kanadischen Gesellschaft zusammenfasst. Benutze Grafiken und Bilder, die individuelle Rechte und Freiheiten aus der Charta veranschaulichen. verbunden bis zum nächsten Mal ich und chúng ich